Musik Hey Leute und willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein Fütterungsvideo, wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt. Und ich werde heute auch gar nicht mal allzu viel sagen. Und hier sehen wir jetzt die Camponotus Vargus und genießt einfach ein bisschen die Aufnahmen, wie sie die Schokoschaben zerlegen. Musik So, hier als nächstes sind wir bei der Feidolen Jensis. Und ja, denen habe ich etwas Lehmfutter gegeben, Grillen und die sind da fleißig am Jagen. Und da könnt ihr jetzt auch auf jeden Fall zugucken und wir sehen uns bei der nächsten Art. Musik 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 So, jetzt kommen wir zu den Camponotus Nicobarensis. Und ja, es sind momentan bei denen immer schon ein paar Majore draußen und die sehen echt schön aus. Also genießt die Aufnahmen. Bis zur nächsten Art. Musik 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 So, hier sind wir jetzt bei den Messor Ägyptiakos und bei denen ist momentan schon ziemlich viel los. Die entwickeln sich wirklich sehr sehr gut. Musik Und ja, in dem Video, also das ist nämlich jetzt die letzte Art, in dem Video wird nämlich jetzt keine Kataglyphys mehr vorkommen. Also meine Kataglyphys, denn die habe ich irgendwie nicht so richtig beim Fressen erwischt. Also ich habe die nicht gesehen richtig. Und bei denen, also ich habe noch eine neue Art bekommen. Und die ist auch nicht in diesem Video dabei. Ähm, weil ja, ich wollte halt nicht spoilern. Denn im nächsten Video stelle ich diese Art. Und da geht es auch um Unboxing und so. Und ja, dann würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Das war's mit diesem Video. Genießt noch die Aufnahmen. Und ciao Leute. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020